Na, Schnecke? Geht bei uns heute Abend noch was? Nee, Schatz, auf gar keinen Fall. Wieso nicht? Weil ich heute beim Arzt war. Was hat das mit dem Arzt zu tun? Mein Arzt hat gesagt, was Fettes am Abend gab gar keinen Fall. Alter! Weißt du was? Scheidung! Schatz, setz dich mal in die Ecke bitte. Da hin? Da, in die Ecke. Richtig in die Ecke? Richtig in die Ecke. So? Na, ist dir mal ein Licht aufgegangen, damit du immer mehr im Haushalt machst? Gehst du jetzt raus? Nee. Na ja, geht so. Dann ja auch. Echt? Ja. Schule ist doch schön! Ein wenig gehe ich gerne in die Schule, wenn ich mit Freunden arbeiten kann.